Hallo bei Jennys Week. Jede Woche erzähle ich euch Storys aus der Welt des Golfsports und dafür brauche ich euer Feedback. Ach, danke euch. Jetzt hatte ich so einen super Abschlag und es liegt mein Ball direkt vor dem Baum. Aber das passiert nicht nur mir, sondern auch vielen anderen. Und deswegen habe ich euch ein paar Videos zusammengestellt. Und wenn auch ihr solche Geschichten zu erzählen habt, dann kommentiert sie mir genau hier drunter und erzählt sie mir. Ich habe nie so etwas gesehen. Oh, come on. Finally. Oh, mein Gott, das ist 12th Shot. We think. Musik Das war es diese Woche von Jennys Weekly. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Und im Anschluss habe ich noch ein paar Videos für euch, die auch eurem Spiel vielleicht helfen können. Ciao! Jeder möchte gerne ihren Abschlag weiterschlagen und dazu haben wir auch eine Lösung.